Ja, hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Plugin-Vorstellung. Diesmal geht es über Stargate-Portale. Ja, ähm, das Plugin, ja, bezieht sich auf Teleportation. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel, wenn es fertig ist, kann man das irgendwo hinbauen. Und, ach, meine Stimme ist schon wieder scheiße, dann kann man hier durchgehen. Und dann teleportiert man sich eben halt zum anderen Portal, wo man wieder was hingebaut hat. Ich hab das zum Beispiel so auf dem Server gebaut. Ähm, man kann sich hier Welten kaufen und dann kann man sich da eben halt hinwarten. Hier geht's zum Beispiel auch zur Hölle. Oh Gott, hab ich eine Scheißstimme. Warte mal kurz. So, ich hoffe, das ist jetzt besser. Ähm, dann gehen wir mal in die Tutorial-Welt. So. Oh Gott, jetzt hab ich ganz andere Items. Ähm, ja, einmal sind wir hier, bla 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 bla, müssen wir ganz schnell da hinten hin. Ähm, und wir brauchen, für die Leute, die wir jetzt noch nicht wissen, ich bin total im Stimmbruch. Also, Entschuldigung. Ähm, Obsidian oder keine Ahnung, was ihr auch immer haben wollt. Ähm, was nehmen wir denn mal? Wir nehmen auch Obsidian. Und dann könnt ihr... Ach, da hab ich schon was versucht mit einem anderen Plugin. Was nicht funktioniert hat. Ich hab das schon aufgenommen, aber es hat nicht funktioniert. Hoho! So. Dann boppt man sich hier ein neues Neter-Portal hin. Wartet. Tadadata. Ich hoffe, das ist jetzt so gut. Ähm, ja, dann macht man, braucht man ein Schild. Ähm, das können wir zum Schild. Ja, das müssen wir jetzt sofort anbringen. Indem wir jetzt einfach schreiben. Erstmal den Namen des Tors, zum Beispiel. Tess. Denn, zum welchen Tor das gehen soll? Tess 2. Denn, ähm, welchen, äh, ja, oh. Ja, in welchen, wie soll man das sagen? Ähm, Gebiet. Nein, Gebiet ist falsch. Ähm. Ach, keine Ahnung, wird euch schon einfallen. Ähm, auf jeden Fall, in diesem Gebiet muss man ihm halt da hinschreiben. Also, ja, Gebiet. Ähm, das geht jetzt leider nicht, weil, also, wir können jetzt nicht reisen. Wenn wir hier drauf drücken. Dann steht hier, ähm, Stargate geht nicht. Ähm, das ist doch ganz logisch. Wir müssen erstmal was andere bauen. Wo das dahin geht. Ja, schöner Slime. Toll, toll. Denn, bauen wir mal ganz kurz hier wieder so ein Dingern. Schubsdiwups, gleich ist es wieder da. Schubsdiwups, wie sonderbar. So, ich weiß auch überhaupt nicht, was heute mit meiner Stimme los ist. Das geht ja gar nicht. So, jetzt müssen wir es nochmal benennen. Mit Tor 2. Zu Tor... Ja, nee, Test. Nicht Test, nicht Tor, nicht Tor, nicht Test. So. Ja, so muss es richtig aussehen. Jo, dann geht ihr auf Fertig. Und dann erscheint hier ein Knopf. Und ihr seht schon dieses, ähm, Discount oder fast auch immer stand da, das ist jetzt weg. Dann kann man hier einmal durchgehen. Und Zallulatar ist man hier beim ersten Packet Hall. Wenn ich mich drehen dürfte, könnte. Und das gleiche kann man auch hier machen. Man kann dann zurück... So. Ja, wartet. Man kann das eben halt auch bei verschiedenen Welten machen, wie ich. Ich habe dann einfach, ähm, ja, zum Beispiel jetzt hier das Tutorial-Welt verbunden. Oder zur WAPS-Welt oder was auch immer. Könnt ihr eben halt auch auf dem Server sehen und benutzen. Bei mir, wenn es bei euch nicht so wirklich geht. Ja, ähm, das ist total das falsche Problem. Und ihr könnt eben halt alles machen, alles schreiben, wie ihr wollt, was ihr wollt. Ähm, das Problem ist, ich habe das zum Beispiel, wenn ihr Multiverse benutzt und ihr das Portal zu einer anderen Welt gemacht habt, dann, äh, steht da ab und zu mal Disconnect oder Disconounted oder was auch immer. Nicht verbindbar. Ähm, dann müsst ihr die Welt neu laden. Äh, sprich, MV-Load, äh, zum Beispiel irgendeine Welt und dann geht das wieder. Wir sind gerade hier in der Tutorial-Welt drin, deshalb. Ja, und dann könnt ihr hier durch. Top. Schön, ne? Ja, das war es eigentlich vom Plugin, was sehr kurz ist, aber geil ist, weil wenn zum Beispiel Essentials nicht funktioniert mit VARP, bei mir hat es neulich nicht funktioniert, ähm, Oh, jetzt schaue ich dann. Ja, dann ist das die Alternative. Na, ihr könnt natürlich auch noch andere VARP-Plugin benutzen, aber das ist eigentlich zum Beispiel das Beste. Ja, und, ähm, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bewertet ist, kommentiert ist, schreibt mir Fragen mit per N oder was auch immer, wie ihr es machen wollt, ihr wisst, wie es geht und tschö. Bewertet ist, wie es geht? Vielen Dank.